Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist Jonas. Guten Morgen. Morgen, hallo. Heute soll es darum gehen, Begriffe zu erklären, die man häufig liest. Also ich hatte vor allem das Problem, als ich ja damit angefangen habe, dass ich ständig über Begriffe gestolpert bin, die ich nicht richtig einordnen konnte. Und deshalb haben wir uns gedacht, machen wir heute eine Folge eben genau darüber. Also wir werden einen Begriff erwähnen und ihn dann so gut es geht eben erklären. Und ja, wir haben eine ganze Reihe an Begriffe aufgeschrieben und versuchen alle innerhalb der halben Stunde abzuklappern. Und vor allem ein Begriff ist mir in Erinnerung geblieben, über den ich ganz am Anfang gestolpert bin. Und das war der Begriff oder das Wort Hodl. Und da weiß ich noch genau, wie ich dich gefragt habe, was es damit auf sich hat. Ja, erklär es doch nochmal, Jonas. Ich kann mich wirklich daran erinnern, dass das der erste Begriff war. Ja, es ist eigentlich nur, es ist nur ein Running Gag. Also ich würde mal sagen, also bevor man anfängt, dass diese ganzen Begriffe liest man vor allem häufig, auch wenn man bei Twitter unterwegs ist und auch bei vielen Artikeln. Und manchmal ist es einfach dann, es wird einfach angenommen, dass man die einfach kennt, die Begriffe. Und die werden meistens nicht erklärt und man muss so ein bisschen selber nachlesen, was es ist. Und es wird halt wahnsinnig häufig verwendet alles. Und deshalb bei Hodl, es kommt halt eigentlich vom Englischen Hold, also halten. Und das ist so dieser, glaube ich, einer der längsten Running Gags in der Community. Das ging, glaube ich, der Ursprung war aus einem Forumsbeitrag bei Bitcoin Talk. Das ist, glaube ich, war eines der größten Foren über Bitcoin, glaube ich, ist immer noch sogar noch. Im Frühjahr war halt da wahnsinnig viel los. Und da hatte eben jemand, wollte einer in seinem Titel, in seinem Betreff schreiben Hold. Also ich halte meine Bitcoin ewig oder sowas in Richtung. Bis zum Untergang, glaube ich, sogar in die Richtung hat er es geschrieben. Und er hatte halt das einfach dann umgedreht und hatte halt Hodl geschrieben. Und seitdem kam das nicht mehr weg. Und seitdem schreibt einfach jeder Hodl, wenn man es darum spricht. Und ja, es geht einfach nur darum, dass man einfach die Bitcoin lange hält und dass man sie nicht verkauft, sondern einfach die an seinem Portfolio festhält und Bitcoin kauft. Und die einfach an den, egal was passiert, wie hoch der Preis ist, ob der Preis fällt oder steigt, dass man einfach dran festhält und es nicht mehr loslässt. Und das ist so ein bisschen das Synonym dahinter. Und das Ganze beschreibt es eigentlich, genau. Dass man eben nicht spekuliert, sondern einfach die Bitcoins kauft und man hat sie bis zum Untergang. Bis zum Untergang, je nachdem, wie hart man da dran glaubt, ja. Okay, dazu passend ist dann der nächste Begriff, nämlich Stacking. Genau, Stacking kommt vom deutschen Stapeln. Also Stacking übersetzt ist dann Stapeln und das wird meistens auch im Zusammenhang mit Satoshis benutzt. Und das übersetzt ist es eigentlich dann, um Satoshis zu stapeln. Das heißt, Satoshis können wir ja gleich auch als nächsten Begriff nehmen. Satoshis sind so gesehen die Untereinheit eines Bitcoin. Also jeder Bitcoin kann ja in 100 Millionen Untereinheiten. Genau, 100 Millionen. Genau, richtig. Und die nennt man dann Satoshis oder auch kurz Sets genannt. Und diese Stacking-Sets ist so ein bisschen die synonymte Begriffserklärung für so eine Art langsames, kontinuierliches Stapeln von ganz kleinen Beiträgen, Beträgen. Also auch 10.000 Satoshis, die man dann immer wieder zusammennimmt, entweder investiert oder man erhält sie. Und dadurch entsteht irgendwann ein großer Stapel an Geld oder an Bitcoin, besser gesagt, der natürlich dann irgendwann auch vielleicht eine beträchtliche Menge ausmacht. Und deshalb haben wir ja auch bei der Folge darüber gesprochen, wie man investiert, dass man einfach langsam und stetig mit kleinen Beträgen anfangen kann und die natürlich auch um eine Zeit lang dann auch einen großen Betrag ergeben können. Wenn man natürlich lange durchhält vor allem. Ja klar, die wenigsten werden bereit sein, wenn sie zum ersten Mal sich mit der Thematik auseinandersetzen, direkt einen ganzen Bitcoin zu kaufen. Genau, richtig. Wenn wirklich über, also wenn da Interesse besteht, dann auch mehrmals hintereinander über einen langen Zeitraum, geht es ja doch etwas ins Geld. Auf jeden Fall. Deshalb Stacking mit diesen Satoshis ist eben auch eine Variante, langsam aber sicher Vermögen aufzubauen. Weil es leider immer noch viele wirklich auch Anfänger gibt oder Beginner. Ich war sogar, ich selbst war auch so der Mensch dazu, der am Anfang gedacht hat, oh ich kann eigentlich nur einen ganzen Bitcoin kaufen. Weil das ja eigentlich so meistens beim Aktienmarkt auch der Fall ist, dass man immer nur einen ganzen kaufen kann. Aber das ist immer noch nicht der Fall. Man kann diesen ganzen Bitcoin, der aktuell ja 10.000 US-Dollar kostet, wahnsinnig unterteilen. Also man kann auch theoretisch einen Satoshi kaufen. Und das ist das Schöne. Egal wie hoch der Preis ist, man kann auch ganz, ganz kleine Beträge investieren. Nur mal so als Zwischeneinschub nochmal. Als Info am Rande. Genau, richtig. Okay, dann das nächste Schlagwort, über das ich gestolpert bin. Das war nämlich in der gleichen Podcast-Folge, mit der ich das erste Mal in Kontakt kam mit dem Begriff HODL, war das Schlagwort ICO-Blase. Wissen jetzt wahrscheinlich die ganzen alteingesessenen Bitcoiner, was es damit auf sich hat. Aber als Anfänger, naja, hat man da eben noch nichts von gehört. Genau, also die ICO-Blase war eher Richtung 2017, 2018. Also das hat sich alles ein bisschen gelegt schon. Und wir kennen ja vielleicht die Menschen, die sich mit dem Aktienmarkt auseinandersetzen, kennen ja vielleicht das IPO. Das ist das Initial Public Offering. Das heißt also, wenn jetzt ein Unternehmen an die Börse geht, werden ja am Anfang erstmal, das erste Mal müssen ja Aktien ausgegeben werden. Das heißt, man kann die dann kaufen zu einem bestimmten Preis, der festgelegt wird. Genau. Und das gleiche gibt es nämlich auch bei Kryptowährungen, die neu auf den Markt kommen. Bei Bitcoin natürlich nicht, weil wie wir gelernt haben in den letzten Folgen, Bitcoin ist organisch gewachsen. Da gab es es ja gar nicht so die Richtung. Aber viele Kryptowährungen sind halt eben 2017 an den Start gegangen. Das waren Projekte, da war wirklich alles dabei, die wirklich alles versprochen hatten, was sie machen können. Und dann gab es nämlich, auch die haben ihre Kryptowährungen, unsere Coins, die sie verkauft haben, am Anfang angeboten, bevor man sie überhaupt nach einer Plattform kaufen konnte. Das heißt, du konntest, bevor das Ganze gestartet ist offiziell, konntest du bereits zu einem ganz günstigen Preis Coins oder Kryptowährungen einkaufen. Und deshalb, ICO steht nämlich dann für Initial Coin Offering. Das heißt, ist genau das gleiche wie beim Aktienmarkt. Und damals war es eben so, dass die dann Geld eingesammelt haben, um sich zu finanzieren. Also das war ihr Marketing-Thema, war eben, okay, wir brauchen Geld, damit wir die Entwicklung finanzieren können, dass wir die Entwickler bezahlen können, dass wir das Marketing bezahlen können. Und natürlich haben damit viele, viele Menschen haben damit ordentlich Geld gemacht, weil man einfach ganz am Anfang diese Coins sehr billig einkaufen konnte. Und die Preise sind dann irgendwann, wenn sie dann natürlich an der Plattform angekommen sind, wenn man sie wirklich öffentlich kaufen konnte, stark gestiegen. Also wirklich um das Zehn, Hundertfache, Tausendfache teilweise. Und das Problem war nur eben, dass es nicht jeder geschafft hat und dass viele Projekte einfach das Geld eingesammelt haben und gesagt haben, okay, wir zahlen damit die Entwickler. Aber mit dem Geld ist eigentlich nie was passiert, sondern sie sind einfach damit abgehauen. Und deshalb gab es einfach wahnsinnig viele große Projekte oder neue Projekte, die versucht haben, damit Geld zu machen. Und dann gab es einen riesen Hype darum, weil jeder versucht hat, so das nächste Riesenprojekt zu finden und zu jagen. Aber am Ende ist eigentlich alles abgestürzt und jeder hat dann sein Geld verloren. Und deshalb war an dem Punkt dann wirklich eine Blase, weil einfach nichts dahinter stand und jeder nur gedacht hat, okay, ich mache das große Geld und ich muss nie wieder in meinem Leben arbeiten. War das zeitgleich mit dem großen Preisanstieg bei Bitcoin, dass dann der Hype eben generiert wurde oder war das schon weiter in der Vergangenheit? Nee, das war eigentlich fast gleichzeitig. Also ich glaube, Anfang 2017 ging das schon los und ganz 2017 war so ein bisschen dieses ICO-Thema dann. Und ich glaube, der Anstieg war ja dann Ende 2017, als dann Bitcoin nach oben ging. Also es kam dann schon ein bisschen zusammen alles, genau. Weil natürlich viele ihr neues Geld ja eigentlich, ihr neu erworbenes Geld über diese ICO-Sachen natürlich auch in Bitcoin investiert haben wiederum. Und dann gab es halt diesen großen Kreislauf. Okay, dann auf zum nächsten Begriff, nämlich Mining. Mining haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Wir haben ja gehört, es gibt die Miner und die Nodes. Und fass doch nochmal kurz zusammen, also hier reicht es ja relativ kurz, in 30 Sekunden nochmal, was es mit Mining auf sich hat. Das kannst doch du machen, würde ich mal sagen. Du warst ja auch dabei. Ich war auch dabei, richtig. Also es gibt die Miner und die Nodes und die Miner waren diejenigen, die in das Netzwerk hineinhören und eben nach Transaktionen hören. Und alle Transaktionen dann zusammen in einen Block passen, pressen, daher kommt eben der Begriff Mining, beziehungsweise es hat ja so eine Art Analogie zum Gold, das Ganze. Und Gold wurde geschürft in Minen, daher Mining. Und es gibt eben ja einen Wettbewerb unter den Minern und da gehen wir auch gleich noch drauf ein, auf diesen Wettbewerb, wie das genau funktioniert. Und als Belohnung gibt es eben für die Miner dann eine gewisse Anzahl Bitcoins. So, die Kurzversion, oder? Ja, passt soweit, genau. Das ist natürlich, wir haben es in dieser Folge auch nur ganz grob angerissen und wir haben ja auch eine weitere Folge geplant, wo wir das Ganze dann durch ein bisschen weiter aufschlüsseln noch. Ja, der ganze technische Aspekt, der fehlt ja noch komplett. Aber so vom Grundlegenden her ist es, ja genau, sie hören nach den Transaktionen, sie nehmen dann die neuen Transaktionen, packen in den Block rein, dann gibt es diesen Wettbewerb eben, weil eben nur einer diesen Block generieren darf. Und der Sieger erhält so gesehen dann den Bitcoin als Belohnung und da ja irgendwie das Bitcoin ja dann dadurch neu erschaffen werden, gibt es eben diese Analogie mit dem Mining, wie beim Gold, als man dann ja im Goldbergwerk steht und da rumhackt, ist das eben dann, daher kommt das Ganze dann und genau, richtig. Alles klar und dann anschließend natürlich der Mining Pool. Das werden dann wohl mehrere sein als ein Einzelkämpfer. Genau, richtig. Entweder hast du halt deine riesen, weil du beim Mining brauchst du eben eine große Energie, brauchst du viel Energie und du brauchst viele Computer, große Anzahl an Computer Hardware, um halt eben diese Rechenpower darzustellen, um überhaupt eine Chance zu haben, an diesem Wettbewerb teilzunehmen und zu gewinnen. Und da das ja nicht jeder hinkriegt, gibt es auch die Möglichkeit, dass man sich zusammenfasst. Also so gesehen, viele kleine Miner packen sich in einen großen Pool zusammen, das heißt, sie bündeln ihren Aufwand, ihre Energie und wenn sie dann einen Block generieren dürfen, erhalten sie natürlich auch die Belohnung. Und der wird halt eben dann aufgeteilt, je nachdem, wie viel Energie du in diesen Pool reingesteckt hast. Also eigentlich ist es wie so. Okay, ja klar. Es ist halt Arbeitsteilung im Endeffekt. Genau, gibt es nicht wie beim Lotto, gibt es auch so eine Lotto-Gewinngruppe. Tippgemeinschaft, genau. Tippgemeinschaft, genau, richtig. Jeder zahlt einen Anteil ein und nachher, wenn man es gewinnt, dann wird halt wieder genauso ausgeteilt, so viel, wie du eingezahlt hast als Anteil. Genau, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Genau. Gut, eigentlich eine ganz gute Sache, wenn man da mal mitmachen möchte, aber allein eben weit weg von ausreichend Rechenpower ist. Aber ob es sich lohnt, bei den Stromkosten, je nachdem. Naja, genau, anderes Thema. Proof of Work, was hat es damit auf sich? Proof of Work ist ja eigentlich so gesehen übersetzt der Nachweis von der Arbeit und damit kann man so ein bisschen, das Mining auch, das hängt damit zusammen. Und das hängt mit diesem Wettbewerb zusammen, dass du, um an diesem Wettbewerb teilzunehmen, musst du was beweisen, dass du wirklich eine Arbeit erbracht hast. Und genau, damit hängt es zusammen so gesehen. Proof of Work ist eigentlich nachher auch, dass du, du musst beweisen, dass du eine Energie aufgebracht hast, damit du auch wirklich diesen Block generieren darfst. Sonst könnte theoretisch ja jeder mitmachen und sagen, okay, hier übrigens, ich mache mit, aber ich tue jetzt überhaupt nichts dafür. Und genau, aber den Begriff merken wir uns schon mal für die nächste Folge, den können wir da auf jeden Fall mit reinbringen. Und der spielt dann, wenn man ein bisschen genauer die Technologie hinter dem Mining anguckt, können wir dann gerne damit aufnehmen nochmal. Alles klar, dann gehen wir nächste Woche detailliert auf den Begriff Proof of Work ein. Sehr schön. Ein Block Reward ist eben die Belohnung, die der Miner für das Mining erhält, nehme ich an, oder? Genau, mehr ist es nicht. Also das ist einfach nur die Belohnung, genau. Und ein Genesis Block wird wohl in irgendeiner Form der erste Block gewesen sein. Genau, es ist der erste Block in einer Blockchain. Und der ist natürlich am Anfang, der wird meistens veröffentlicht, bevor überhaupt das ganze Netzwerk steht. Bei Bitcoin war das der Fall auch so. Und der wird auch nicht von dem Miner hergestellt, sondern der wird einfach vom Hersteller, von dem Entwickler eingecodet, so gesehen. Der wird nicht jetzt durch die Miner hergestellt, sondern der wird einfach reingeschrieben, okay, das sieht so und so aus. Und da passiert mit dem auch nichts. Und der ist natürlich auch nicht verbunden mit irgendjemand anderem davor, sondern auf den bauen nachher alle anderen auf. Und das Interessante war beim Bitcoin-Genesis-Blog, der war dann im Jahr 2008, 2009. Und da hatte dann Satoshi Nakamoto sogar noch eine kleine Nachricht reingeschrieben. Der war dann die Titel vom 3. Januar 2009 aus der Times, aus der Zeitung. Darum ging es dann um ein Thema, dass die Briten gerade darüber diskutieren, ob sie ein zweites Rettungspaket für die Finanzkrise 2008 starten wollen. Und das kann man so als kleinen Hinweis darauf geben, warum dieses Netzwerk eigentlich gestartet wurde. Eben aus diesem Grund, weil die Finanzkrise da war und diese Ausweitung der Geldmenge. Genau. Weiß man nicht, ob das daher kommt. Aber das ist so diese kleine Anekdote dahinter, die da drin steht. Okay. Ist ja lustig, dass er das dann in den Blog aufgenommen hat. Richtig, genau. Okay, Hashrate haben wir auch schon, glaube ich, also Hash haben wir schon ein, zweimal angesprochen. Aber was hat es damit auf sich mit der Hashrate? Der Hashrate ist eigentlich nur, kann man ganz einfach ausdrücken, mit die Energie, der Aufwand, der von den Minern angegeben wird, um an dem Wettbewerb teilzunehmen. Und die stellt eigentlich nur dar, wie viel Aufwand stecken gerade denn die Miner alle zusammen rein. Die können natürlich variieren, je nachdem, wie viele gerade mitmachen, wie viele Server, also wie viele Hardware sie benutzen. Und die kann natürlich dann schwanken. Und die Hashrate brauchen wir auch wieder für die nächste Woche für die Folge. Kann man sich auch im Kopf behalten. Und die hat nämlich eine ganz große Auswirkung auf die Stabilität des Netzwerkes noch. Okay, gut, dann gehen wir da auch nächste Woche detaillierter vor ein. Genau. Blockhöhe beziehungsweise Blockgröße haben wir auch ein, zweimal gehört. Also Blockgröße, die Blockgröße haben wir schon mal gehabt. Genau, das ist die Größe, wie viele Transaktionen oder wie viel Speicherplatz so ein Block hat. Die ist bei Bitcoin auch fix. Das heißt, es gibt nur eine bestimmte Anzahl an Transaktionen, die da reinpassen können. Mehr geht nicht. Und die Blockhöhe bezeichnet eigentlich nur, welche Nummer der Block hat in der Blockchain. Also ist es Nummer 1000 oder es ist 2000 oder es ist 300.000. Und das heißt, du kannst theoretisch jetzt genau sagen gerade, wir sind bei Blockhöhe, ich weiß gar nicht, wo wir gerade sind, bei 630.000 oder sowas, keine Ahnung. Also wir haben jetzt seit Beginn 630.000 Blöcke generiert in der Blockchain. Das ergibt sich dann einfach aus Zeitablauf geteilt durch 10 Minuten gleich Blockhöhe. Ja, ungefähr, genau. Okay. Genau. Alles klar. Dann haben wir schon oft darüber gesprochen oder zumindest mehrmals das Thema angerissen, dass derjenige, der die Regeln des Bitcoin-Netzwerks ändern möchte, eben ein neues eigenes Netzwerk einführt. Und dieses Vorgehen beinhaltet der Begriff Fog oder hat Fog noch mehr zu sagen, als eben nur die Tatsache, dass da ein neues Netzwerk eingeführt wird? Nein, also Fog kommt daher, dass man, also eine Gabel, wenn man, der die nicht wissen, was es auf Deutsch heißt, ist also eine Art Abspaltung. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel die Bitcoin-Blockchain und sagen, okay, hey, wir haben jetzt Bock, nicht 21 Millionen Bitcoin zu haben, sondern wir wollen jetzt 30 Millionen haben. Dann bleibt es ja so, dass die Blockchain davor bleibt ja alles gleich. Also alle Transaktionen, die geschehen sind, bleiben ja da, weil wir ändern ja, an dem Kassenbuch ändert sich ja erstmal nichts. Ja, klar. Und wir ändern danach die Regeln. Das heißt, so gesehen, die Blockchain spallert sich einmal ab. Einmal geht es so gesehen nach links, bleibt die alte Blockchain übrig mit den klassischen Transaktionen, die schon da sind, aber eben mit den gleichen Spielregeln. Und wir biegen so gesehen rechts ab, wir behalten so gesehen auch den Grundteil der Blockchain, behalten wir noch, aber wir ändern ab sofort das Kassenbuch, weil es sich in neues dann abspaltet. Ab Zeitpunkt X haben wir ein weiteres alternatives Netzwerk. Genau, wie wenn es so ein Reißverschluss so ein bisschen, der dann am Anfang, also ein Teil ist noch zusammen und der Rest davon teilt sich aber nach außen weg. Jo, alles klar. Genau, das Thema, dass man dann ein komplett neues Netzwerk eigentlich hält und nicht, dass es dann das eine Netzwerk irgendwie nur verändert wird, sondern okay, es ist weg. Aber es gibt da auch dann einen Punkt, man kann ja theoretisch auch die Spielregeln beim Bitcoin ändern und alle einigen sich darauf. Und das wäre natürlich auch so eine Art Fork, der aber dann sehr sanft abläuft, deshalb gibt es auch die Bezeichnung Soft Fork. Okay. Der wird dann zwar abgespaltet, aber alle machen mit. Das heißt, es passiert nichts. Es gibt kein zweites Netzwerk, sondern es wird einfach nur, die Spielregeln werden geändert, aber alle nehmen mit und die Blockchain bleibt geändert. Alle Teilnehmer geben ihr okay und dann geht es weiter wie gehabt. Genau, richtig, genau. Beziehungsweise zu den dann neu akzeptierten neuen Regelungen. Genau, zu den neuen. Ja, ja. Okay, dann haben wir auch schon öfters gehört, die Nodes, die sind ja dafür da, um die Miner zu kontrollieren und stellen so eine Art Polizei in dem Bitcoin-Netzwerk dar. Kann man das so sagen? Ja, genau, richtig. Also Nodes sind ja eigentlich dann die Teilnehmer, die wirklich im Netzwerk agieren und die validieren so gesehen dann den neuen Blog, der gesendet wird von den Minern, schauen an, okay, passt dieser Blog zusammen, sind die Regeleinheit gehalten worden, sind die Transaktionen richtig und hat dieser Miner nicht irgendwie zu viel Bitcoin als Belohnung reingeschrieben zum Beispiel. Genau, dafür sind sie da, richtig. Und das kann ja theoretisch jeder von uns sein, er müsste nur eine Software laufen lassen und so gesehen könntest du alles selbst validieren, richtig. Okay. Genau, und dann können wir ja auch den nächsten Punkt gleich nehmen, den Konsensus. Konsensus ist ja auch, also kennen wir ja, ein Konsens zu finden, ist ja eigentlich einfach ein gemeinsames Nenner zu finden und wenn man so gesehen in dem Netzwerk finden ja alle einen gemeinsamen Nenner in den Spielregeln, in den Regeln, auf die sich alle einigen. Und genau, und die Besonderheit ist dahinter einfach, dass man es geschafft hat, in einem Netzwerk einen Konsens zu finden, ohne dass in der Mitte jemand eine Institution steht, die sagt, übrigens wir machen jetzt X, sondern alle einigen sich darauf, obwohl sie sich nicht kennen und sie nicht vertrauen müssen. Und das ist die Besonderheit bei Bitcoin. Genau. Alles klar. Den Begriff Double Spend Problem habe ich auch schon häufiger gelesen. Was hat es damit auf sich? Das hatten wir, glaube ich, ganz am Anfang, so in der Richtung, warum benötigen wir oder was ist Bitcoin. Da geht es einfach darum, dass wir, wenn du jetzt ein digitales Gut, wie jetzt zum Beispiel ein Bild, wenn ich dir das schicke, dann haben wir das Problem, dass ich dir nicht das Bild schicke, sondern ich schicke dir einfach nur eine Kopie. Das heißt, du hast dann das Bild und ich habe das Bild. Und wenn wir das Ganze jetzt auf ein digitales Geld ummünzen würden, hätten wir das Problem, ich schicke dir meine 10 Euro digitalen Euro, dann hast du ihn, aber ich habe ihn auch noch. Das wäre nicht ganz optimal. Genau. Das heißt, dann könnte ich ihn doppelt ausgeben. Ich könnte also dir den schicken und dann könnte ich das einem anderen Freund noch schicken. Und daher kommt dieses Double Spend, also dieses doppelte Ausgabeproblem. Und das Ganze wurde bis jetzt nur gelöst, indem irgendjemand in der Mitte steht, wie zum Beispiel eine Bank oder ein Zahlungsdienstleister wie PayPal, die kontrolliert, die dann sagen, hey, okay, Jonas, du hast es 10 Euro ausgegeben. Das heißt, du darfst sie in deinem Kassenbuch nicht mehr haben. Und dieses Problem wurde bis jetzt nur gelöst mit einer Drittpartei. Und beim Bitcoin gibt es eben ja das dezentrale System. Und da ist es eben geschafft worden, dass man wirklich ein digitales Gut so begrenzen konnte, dass man es eben nicht doppelt ausgeben kann. Und dadurch wurde, und so gesehen ist bei Bitcoin, ja, ist dieses Problem eigentlich der Hauptfokuspunkt gewesen damals, um das einzuführen, um das zu lösen. Und es wurde auch das erste Mal in unserer Geschichte, haben wir das geschafft, ein digitales Gut zu begrenzen. Okay, also Double Spend oder das Double Spend Problem, das gelöst wurde, ist einfach das Problem, dass man in der digitalen Welt Sachen kopieren kann. Und das ist natürlich, sobald es um Geld geht, nicht gewünscht. Und vor Bitcoin war das nur möglich durch eine zentrale Datenbank. Und Bitcoin hat es eben geschafft, dezentral dieses Problem zu lösen. Korrekt, genau. Okay, P2P. P2P ist Peer-to-Peer-Netzwerk. Das bedeutet eigentlich nur, dass alle Netzwerkteilnehmer untereinander direkt verbunden sind. Das heißt also, sämtliche Transaktionen, die im Netzwerk geschehen, laufen nicht über einen zentralen Knotenpunkt, wie jetzt zum Beispiel bei Facebook. Wenn ich dir eine Nachricht schicke, wird erstmal das von Facebook übernommen und wird an dich weitergeleitet. Sondern die Transaktion wird direkt an dich weitergeleitet und wir sind dann untereinander verbunden. Und das ist ja genau bei Bitcoin der Fall. Das heißt, wir haben niemanden in der Mitte stehen, der irgendwie unsere Transaktion kontrolliert, der sie aufhalten kann. Sondern wir sind direkt miteinander verbunden und das funktioniert. Alles klar. Wenn man, wir haben es ja in einer der letzten Folgen angesprochen, nee, wir wollten es ansprechen. Wir kamen gar nicht dazu, weil die Zeit nicht gereicht hat in der Kritikenfolge. Also eine Kritik ist auf jeden Fall auch, dass das Bitcoin-Netzwerk ja ganz langsam ist. In dem Zusammenhang gibt es da noch den Begriff Lightning-Network. Wird wohl irgendwas mit Geschwindigkeit zu tun haben, nehme ich an. Richtig, Blitzgeschwindigkeit. Ja, das ist ein Versuch so gesehen. Dadurch, also man kann es einen Schritt zurück erstmal. Bitcoin ist ja einfach nur eine Technologie. Das heißt, man kann die ja verändern. Man kann die neu entwickeln, was dazu entwickeln. Und das Schöne ist, und Lightning-Network ist eigentlich nur ein Versuch, die Transaktion schneller zu gestalten. Und weil, wie du ja gesagt hast, das Problem ist halt, wenn ich jetzt aktuell eine Transaktion durchführe, kann das schon mal ein paar Minuten dauern. Wenn nicht sogar Stunden, je nachdem, wie voll es gerade ist und wie viele Leute gerade Transaktionen durchführen. Ist natürlich schwierig, wenn ich das Ganze an der Kasse im Supermarkt machen will. Und plötzlich stehe ich in der Schlange und muss fünf Minuten warten, bis das Geld eingekommen ist. Ist nicht so ganz so geil. Genau, und beim Lightning-Network ist es eben so, wie, da werden die Transaktionen nicht sofort auf einen Block gepackt, sondern so ein bisschen wie in der Gaststätte. Du gehst abends essen und deine Bestellung und du trinkst mehrere Getränke. Die werden ja zusammengefasst in eine Rechnung und du bezahlst die erst am Ende. Und genauso funktioniert es auch mit kleinen Transaktionen. Also Lightning-Network ist darauf ausgelegt, dass man kleine Transaktionen schnell hintereinander her schicken kann. Und die werden dann erst ab einem bestimmten Zeitpunkt alle zusammengefasst. Und werden dann auf die Blockchain gepackt. Und dadurch soll die Geschwindigkeit erhöht werden. Das ist so ein, sind sie glaube ich gerade daran, das ganz gut zu entwickeln. Und das ist so ein bisschen die Hoffnung dafür, dass es alles schneller gehen sollte. Ein Ansatz praktisch dem Kritikpunkt entgegenzutreten. Genau, richtig. Aber es gibt ja Millionen Möglichkeiten. Wenn jetzt du eine Idee hast, du kannst natürlich das implementieren. Es ist ja dadurch, dass es ja Open Source ist, kann ja theoretisch jeder daran mitentwickeln. Und das ist ja das Coole in dem ganzen Thema. Alles klar. Was wir auch schon ein paar Mal genannt haben in der Folge, wie bewahrt man Bitcoin auf? Unter anderem ist der Begriff Cold Storage. Genau. Man kann die Wallets, die haben wir ja auch damals besprochen gehabt. Also die Wallets, in denen du dann deinen öffentlichen Schlüssel und den privaten Schlüssel erstellen kannst. Und in denen du dann den privaten Schlüssel speicherst, der ganz wichtig ist. Nochmal ganz wichtig. Den nicht hergeben. Genau. Und dann gibt es nämlich zwei Möglichkeiten. Entweder Cold Storage oder Hot Storage. Also Hot Storage ist zum Beispiel, wenn du deinen Private Key auf einer Plattform speicherst, die mit dem Internet verbunden ist. Und da hast du halt das Problem, dass zum Beispiel ein Hacker darauf zugreifen kann, weil einfach die ganze Zeit eine Verbindung zum Internet besteht. Und beim Cold Storage als Gegenteil ist es eben so, dass du ein Wallet hast, wie zum Beispiel ein Papierwallet oder eben ein Hardwarewallet, die nicht mit dem Internet verbunden sind. Das heißt, sie sind also so gesehen kalt gespeichert, weil sie nicht den direkten Verbindungen zum Internet haben und deshalb sicher sind dadurch. Okay, ja. Sehr gut. Ähm, ja, jetzt haben wir noch einige Begriffe vor uns. Wir haben ja schon gut Gas gegeben, aber wir werden es wohl nicht ganz schaffen in der halben Stunde. Sollen wir noch einen machen oder eine zweite Folge daraus machen? Ich würde sagen, wir machen noch, ja, ich filme jetzt einen und, also ich würde sagen, Seed Phrase können wir auf jeden Fall noch machen. Das, glaube ich, passt auch ganz zu dem Wallet dazu. Und dann können wir gucken, ob wir noch vielleicht einen mit reinkriegen. Und, ähm, genau, Seed Phrase haben wir, ich weiß nicht, ob wir es besprochen hatten damals. Ich glaube, nicht so richtig. Wir haben es, glaube ich, nie gesprochen. Wir haben schon mal drüber gesprochen, aber ich glaube, privat. Genau, okay. Genau, also, ähm, wie gesagt, also Bitcoin-Adressen lassen sich ja über die Wallets erstellen. Das heißt, du lädst dir ein Wallet runter und sagst, okay, hey, ich möchte jetzt eine neue Adresse haben. Und dann erstellt dir automatisch diese Wallet einen öffentlichen Schlüssel und den passenden privaten Schlüssel dazu. Und die beiden sind miteinander verbunden mathematisch. Das heißt, die sind komplett verknüpft damit. Und, ähm, mit diesem privaten Schlüssel, den du ja auf jeden Fall aufbewahren solltest, ähm, hast du eben dann nur Zugang zu diesem eingelagerten, eingeschlossenen Guthaben auf deinem öffentlichen Schlüssel, auf deinem Konto. Und nur eben die Person, die diesen privaten Schlüssel besitzt, kann auch dann damit Transaktionen durchführen. Und deshalb ist es nämlich sehr wichtig, den nicht zu verlieren. Und das Problem ist halt, wenn du den verlierst, dann hast du ein verdammtes Problem. Weil es, wie gesagt, es gibt keinen Kundensupport, du kannst kein Passwort zurücksetzen machen. Ist das Ding weg, ist es weg. Du hast alles verloren, egal wie viel Bitcoin auf diesem, ähm, Konto gespeichert sind. Und aus diesem Grund, ähm, stellt jede Wallet bei der Erstellung dieser Schlüssel diese Seed Phrase. Und diese Seed Phrase ist eine Art Backup. Und das ist so eine Liste zwischen, entweder sind es zwölf Wörter oder 24 Wörter, die von dem Wallet generiert werden. Und dieses, mit diesen Wörtern kann, ähm, die Wallet theoretisch diesen Private Key wiederherstellen. Das ist, ähm, auch ein krasses, also das geht jetzt viel zu weit, äh, eine mathematische Funktion, auch eine, ähm, Code-Funktion, dass man aus Wörtern Zahlen herstellen kann wieder. Und, ähm, so gesehen hast du nachher eine Karte, die du dann hast, da sind 24 Wörter drauf, die kannst du dir auf jeden Fall abschreiben. Man soll sie nicht in einem Word-Dokument speichern oder irgendwo auf einer Cloud speichern. Eine Cloud hochladen oder ähnliches. Genau, richtig, genau. Weil jeder, der das Ding in der Hand hat, kann sofort auf dein Guthaben zugreifen. Mhm. Und, aber so gesehen ist es eine Art Backup. Das heißt, das Ding nehmen, ähm, am besten an einen komplett anderen Ort zu packen, am besten vielleicht auch komplett getrennt von dem Wallet. Und, ähm, genau. Und das ist so gesehen, äh, genauso wichtig wie dein Private Key. Und, ähm. Ja, klar, wenn man damit darauf zugreifen kann, dann, äh, entspricht es ja in gewisser Form dem Private Key. Und das Ding solltest du nicht abfotografieren, niemandem schicken, gar nichts, sondern das ist so gesehen dein Heiligtum. Am besten von Hand abschreiben und irgendwo vergraben. Genau, richtig. Es gibt auch Möglichkeiten, das schon in so eine Art Metallplatten einzugravieren, damit halt auch gegen Feuer oder gegen Wasser geschützt ist. Aber da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, die, ähm, die man da verwenden kann, um sich da ein bisschen abzusichern. Aber es ist ein verdammt wichtiges Thema auf jeden Fall. Deshalb, äh, Hinweis auf die Folge mit, äh, wie man sich auf Bitcoin aufbewahrt. Immer noch. Kann man sich nochmal anhören. Auf jeden Fall. Ist immer noch wichtig. Genau. Okay, gut. Dann würde ich sagen, ähm, wär's das für heute, sonst, äh, ja, sprengen wir die halbe Stunde deutlich. Ähm, ja, dann schließ doch mit den Formalitäten ab und wir machen nochmal eine Ergänzungsfolge mit den weiteren Begriffen. Genau, richtig. Und ich würde sagen, dass wir, ähm, die Sachen, die wir jetzt erzählt haben, ich weiß es, glaube ja, wenn man darüber spricht, ist ein bisschen schwieriger zu folgen vielleicht, dass wir die auf jeden Fall auch im Textform. Dann auf dem Blog veröffentlichen oder sowas. Ja, packen wir einen Link dann rein in die Beschreibung. Genau, richtig. Und damit man es auch in Ruhe nachlesen kann. Und, ähm, ja. Und ansonsten, äh, wie immer, gerne, äh, Podcast-Plattform, Spotify, Apple, Google-Podcasts überall zu finden. Anchor sind wir auch natürlich am Start. YouTube am, dabei und, äh, folgt uns gerne auf Twitter. Da könnt ihr uns auch gerne noch Fragen stellen. Vielleicht auch zu anderen, äh, Begriffen, die noch erklärt werden könnten vielleicht für eine nächste Folge. Und immer her damit und wir nehmen sie gerne auf und, äh, ah, uns gerne bewerten auf Apple-Podcasts, ganz vergessen. Da freuen wir uns natürlich über vieles Feedback. Und, äh, ja, genau. Und dann wissen wir ja schon, was wir uns nächsten Sonntag reinziehen, dann welches Thema. Ja, eigentlich war ja die technische Folge geplant, aber, ähm, machen wir vielleicht erst das Thema hier fertig. Sehen wir dann, genau. Alles klar. Alles klar. Dann bis nächste Woche. Ciao. Ciao.